Ein Feldmach sitzt im Wald und isst Früchte, große, kleine und auch dünne. Beeren und Äpfel mit vielen Vitaminen. Es ist ein Gaumenschmaus für die kleine Maus. Anschließend töte ich sie vor meinen Haaren. Big Mac, wann bin weg! Felke! Liked alle bitte meine Videos, ihr kleinen Feldmäuser. Hab euch ganz doll lieb!